die Karte jetzt machen wir die geschenkt verheiratet wahrscheinlich wird sie alle schon befeuchtet dieses der Karte wahrscheinlich wird es nicht bevor ich überhaupt da bin hier mehr ruhig verpasst die Sägen ich verpasst die gleich gesehen meiner Faust Alter was ist das sind uns gewesen aber ein Schwert will mein Axtwirbel wir sind in der Axtrechse sogar hat für mich stinkende Axt keine Ahnung Drache Wache ich beschwöre mein Hammer ein winziges Totem Gott sei Dank ich hab mein Hammer beschworen ach du Scheiße oh mein Gott das sind ganz schön viele oh die kriege ich weggebettelt ja ja du kriegst es natürlich nicht weg keine Überlebenden keine Gefangenen alle tot komm und holt uns doch, ist egal ja komm ich auch, ja das wollte ich auch grad sagen mal vor allem würde ich gerne auch ein paar Töne ein paar Kills was was ist Alten zur Höhle zur alten Höhle die kenne ich gar nicht ich glaube ich war hier noch so Tötet Heya 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 während das Boot er wird uns alle töten, pass auf Heya Heya das ist Herr Jarr denn das ist der Herr der Meinberg Jarr Warte ich schütze dich ich wollte grad sagen warum machen wir nicht eigentlich mal so dass ich wirklich drauffloppt und Damage mache und du heilst mich endlich mal und anstatt selbst drauf zu hauen ich hab ja kaum Heidel-Skills ja doch ich möchte nicht bedienen mich zu heilen redet sagt uns wie ihr die Jotun auf eurer Seite gebracht habt oder wir jagen euch mit einer Peitsche aus Eers Zöpfen durch ganz Hohlbrack oder wir töten euch wagt es ja nicht meine eigenen Kameraden würden mich niedermetzeln meine eigenen Genossen dann sagt uns was wir wissen wollen niemals also gut wir haben den Riesenkönig Korak auf unsere Seite gebracht was ist das eigentlich so eine Idee ich hab nichts verstanden was er gesagt hat dieser Korak klingt ehrgeizig die Jotun haben seit Jahrhunderten diese Koran sind schlecht nicht mehr gehabt und das letzte was Hohlbrack braucht ist einer der Jormag verehrt schleift den Narren nach Hohlbrack und überlast ihn dem Wolfsrudel ich gehe zur Osenfohlschneide und rede mit diesem Riesenkönig oh das klingt nach Metzeln Metzeln, Metzeln beim zottigen Fell des Wolfes ihr seid kühn ihr seid aber bescheuert seht euch vor aussichtslose Kämpfe sind ruhmreich aber tot prallt es sich nicht gut schade keine Bange bei meiner Rückkehr die Sorge alle auf den Sieg anstoßen auf den Sieg anstoßen Sieg Sieg Stoß entwickelt euch zur Echos vergangene Feuillen was das war mein Ding ich hab noch immer auswählen ob ich das annehmen oder ob ich die Quest selbst nochmal extra mache gewährt bis zu bis zu fünf in der Nähe befindlichen Verbündeten EGIS und Eile bringt dir das was Aki bestimmt weiß das nicht EGIS nein EGIS block den nächsten Angriff soll ich eine Spitzhacke oder ich glaub ich nehm die Spitzhacke äh oder ruft eine Barriere aus mystischer Kraft herbei die Projektile zurück wirft 20 20 20 20 Sekunden Eile 20 Sekunden und block oder willst du einfach nur dass ich ein Schild mache ja okay dann kriegst du jetzt das gut okay mit mit dem Schwert habe ich jetzt nicht so grad die Heilskills ja dann wo müssen wir jetzt ich muss mein Inventory grad mal aufräumen warte mal kurz äh wenn mir fällt so auf wir haben ein ganz schön kleines Inventory ich hab ein ganz schön kleines Inventory ja meinst du auch klein was Entschuldigung sagt mein Nest das impliziert eine Sache kein Penis das ist so wuuu 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 ah wieder so typisch für dich ja und reif das wirklich reiferlich geht's nicht verdammt das war der verdammt das war der Stab den ich anlegen wollte besser als überreif das schmeckt ja nach Alkohol also wir könnten jetzt so ja äh der Inhaber der Instanz ist gegangen und ihr werdet zurückgeschickt ja ich wurde einfach da gelassen und sterbt jetzt ich so in etwa kam da ist das Alkohol da ist Erz äh Kupfererz wir müssen jetzt aber wir müssen vorher ganz vieles Swassniis totbetteln Swassniis Swassniis Spastius achso du stehst ja da wo ich nicht stehe achso schmissen ja den Tenten wo ich mir trotzdem das Eis oder was das ist Kupfer hier ist auch Kupfer bei mir also ich bin nicht benachteiligt wie sonst oder wie das ist mir oh das war mir jetzt klar ich bin immer benachteiligt keiner beachtet mich Drachen Schamane des Swannes wollen wir den töten du stehst ganz woanders nein ich stehe direkt bei ihm ach da ja jetzt habe ich den auch gekriegt ich wusste nicht dass das ein Ding ist ich dachte das wäre einfach ich verpasse sie auch äh jetzt ganze Zeit ich muss erstmal herkommen ohne dass ich ständig also es ist so nervig dass wenn die einen anschießen was man ständig hier irgendwie Bewegungs gekloppt wird weil ich könnte die Stimme ich halte ich würde es doch ein Schamanen müssen sehen ja Pass auf ich sehe nur eine blauen Punkt und Probe und Probe-O-Oo-O-O-Merschen Ohr-E-Ciel macht Schaden und Schaden machen das macht doch nicht schnell ausweichen also so schwer für nicht in der Karte und zumal es war ja kein Zeichen der großen Fackel besser wird auch noch zielen und scheiß Zeit ich will kein Feuer sprucken doch nicht der Knoblauch essen wie wird man mit heilen bis zu einem Heilsgeld der Warte war wirklich nicht so gerade ein Heilsgeld den ich habe so viele hast du also ich will doch das Eisen haben das war schon ein Bekanter alles doch das Leben er ganz ehrlich mit schwerer Grund mit 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 schwerter Schild habe ich keine Heilangriffe doch das ist ja dann muss sowohl Prozent war was anderes nehmen weil ohne Heilung ist nicht so gut Prozent mit mit dem Stabschild Schild kann ich glaube ich gar nicht ausrüsten doch eigentlich schon ich weiß mit dem Streitkolben mache ich Heilung bis hier können jetzt nachgucken und es ist dunkel wegen des Grotten zu tun Hacke und ich habe gewohnt tägliche Sammler oder oder ich habe jetzt habe ich mir jetzt habe ich direkt ein Heilsgeld und kommen noch wir kommen ja jetzt bist du schon geheilt ja aber jetzt habe ich einen der relativ schnell regeneriert Julio um wo müssen wir jetzt hin Prozent nach Norden Warte ich guck mal ganz kurz wir müssen ja hoch weil wir die Christophische ich teleportiere mich zogen so Horn Ruf Krause von da aus war ich noch nicht weiter nördlich ich will jetzt trotzdem wieder ein Schild ich glaube es ist besser als ein Fokus das ist mir egal wohin müssen wir wir müssen da oben hin denn folgen mir ich bin doch schon da äh falsche Wegmarke wieso Prozent der Weg der Nacht dahin ist ungefähr da wo ich kann ich bin nur da ich weiß nicht was du jetzt willst Prozent du würdest in den langen Weg außenrum gehen die ist gar nicht länger das so eine Kante wenn ich diese dann im wird erster da ist mehr hast es mir jetzt egal weil der Weg ist eigentlich ist ja genauso lang ich äh aber wo ist der Weg eigentlich ja ach da du gehst jetzt unterberg durch da hinten ja jetzt krieg ich auch noch außerdem kriegt man hier immer auf der Straße äh ne hier stehen immer ein paar Svaniel Menschen rum die so tun als könnten sie was dann macht man drei Skills und schon sind sie tot ich wette ich brauch nur zwei warte ich nicht ja weil ich gerade mit dem Markt Zeit zuzuschlagen F1 weiterzunehmen ist wo ich will irgendwie ich hab das noch nicht so ganz irgendwie bis zu tot oder die Welt ist es da ist ich werde jetzt nur mit Stein warte das ist auch mehr gut jetzt mit dem Hammer wird man mit dem Hammer nur ich kann mit dem Hammer werfen wo haben wir werfen meinst du es ist ein Hammer wirft mit dem Hammer Wurf und so so jetzt bin ich fast Level 7 du musst bestimmt gleich Level 8 ne zwei Balken fehlen noch es stimmt als es geht so jetzt treffen wir uns übrigens fast an der gleichen Stelle ich weiß gar nicht was du hattest von wegen Möbel die die Gäste lang was für Streitkolben und Schild irgendwie noch im Inventor nie wartet was ist wie es oben rauskommt ja wir müssen sowieso hinter die Klippe also es ist egal Neues Land Korinther und Karotten 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 übrigens bin ich gleich da trotzdem ich einmal gestorben und im Event gemacht habe ich es aber wissen wir bis bei Sachen meiner beim Ragen so gibt kein wer hat hier ja für mich das sind und wie komme ich nicht möchte gehen aus das ist der Klin Unut und Scheiße Stimmte die Balle oder so ein Ballon in der Nähe ein manchen Weg Marken mit dir wie noch nicht zum Beispiel da ich sehe ihn in den Seelen wie mich so wo wir tun aber es ist da rein geht ernten oder was oder wird sie der Klinik der Klinik und dann will ich ernten viel Spaß bei der Stürmer haben wir sind ja ein bisschen härter jetzt also also nicht so also für neue Heilung da in den Kreis stellen die Züge Uhrwerk ist Prozent diesen Neu der Kassel Uhr wegteilt raus wo das hätte ich jetzt gar nicht erwartet warum hast du ihm gesagt viel Spaß die die Klinik sind auch für die Pussis ich habe keine Anstimme Prozent nein es geht darum wir haben jetzt schwere Rüstung also mit Magier ist sind die relativ geht Hardcore zumindest mit einem Elementarmagic ging es immer weil ich die halt sehr schnell wegzustandet hat jetzt stirbt doch endlich all jahre in der Strecke das haben die Strecke und das ist er an der ja das warte ich habe Konfusionen ich bin konfusiert scheiße du bist tot na super wir werden darauf gehen ja und jetzt sind Veteranen der Klinik zu ich glaube wir haben ein Problem zusätzlicher Schaden ne ich ich krieg ich krieg mich wieder aufgerappelt echt ich auch gut ich bin jetzt weg ich gehe tschüss ich bin auch tot ich bin tot schnell auf den Veteranenzuchtmeister ja wir haben es geschafft geil das war auch gar nicht dank der Hilfe des Asura der da rumläuft ich bin stark ich hätte gedacht dass du schon in der Nacht bist du nur hohe doch um wo ich will gleich so auf mein Gott er hat gelegt du 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 ich will da oben der Aussichtspunkte haben nein du kommst jetzt mit nein ich will doch öffnen und ernten möchte ich doch auch noch ja kannst doch gleich hm ich muss vergangene Zeiten wir werden bestimmt drauf gehen so will ich uns kennen oh ganz guck mal oh Joto stimmt die vermöbeln wir jetzt bestimmt boah boah wir sind so böse vor die Gangster wo ist Korak euer Riesenkönig ist ein Feigling und schwach ich fordere ihn zum Zweikampf warte 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 wie sieht der aus ihr seid nicht würdig seinen Namen zu sprechen Wollte Morte wie Wollte ja Korak herrscht über diese Berge zum Dreikampf er wird alle Jotun einen mit eiserner Faust wenn ich euch und alle Jotun hier töten muss damit Korak mich bemerzt dann tu ich es wie ihr wollt Sprechling der Gebetsstein hinter mir ist ein uraltes heiliges Relikt wer ihn berührt muss sich seiner Kraft stellen oh das hört sich lustig an wer nicht stark genug ist sterbt das hört sich tödlich an ich soll einen Stein anfassen damit ich gegen Korak her gedacht genau das habe ich auch grad gedacht nur wenn ihr überlebt tut euch einen gefallen und geht sonst werden wir über euren schwelenden Leichnam spotten sagt Korak er soll sich kampfbereit machen das wird nicht lange dauern ich bin stark genug hier anzufassen sich da jemand im Gebietsstein und warum lassen wir es zu ich kann mich mit ihm reden weil es deine Domenstanz ist auch dass das das war unerwartet auch das ist die ich verprügelt also der kann ja gar nichts er muss auch nicht okay ich habe ich warte warte hier hat noch das ach das ist sogar ein Ruf vor allem der Ruf heißt Rückzug Bewegungsunfähig ihr habt euch als würdig erwiesen jetzt verteidigungen werden andere für ihn lasst uns reden ich ich Vielen Dank.